Hausmieten in Düsseldorf Die Suche beginnt Anna saß an ihrem Schreibtisch und starrte auf den Bildschirm ihres Laptops. Sie hatte beschlossen, dass es an der Zeit war, aus ihrer kleinen Wohnung auszuziehen und sich nach einem neuen Zuhause umzusehen. Düsseldorf war ihre Traumstadt und sie konnte es kaum erwarten, dort zu leben. Sie öffnete die Website eines Immobilienmaklers und begann ihre Suche. Stunden vergingen, während sie durch die verschiedenen Angebote blätterte, aber nichts schien genau das zu sein, wonach sie suchte. Doch Anna ließ sich nicht entmutigen. Mit einem Seufzer schloss sie ihren Laptop und beschloss, am nächsten Tag persönlich einige Wohnungen anzusehen. Als der nächste Tag anbrach, war Anna nervös, aber auch aufgeregt. Sie machte sich früh auf den Weg zu den ersten Besichtigungen. Die Straßen waren ruhig und die morgendliche Sonne tauchte die Stadt in ein warmes Licht. Anna fühlte sich ein wenig wie in einem Abenteuerfilm auf der Suche nach dem verborgenen Schatz. Sie hatte eine Liste von Wohnungen zusammengestellt, die sie interessierten, und machte sich daran, sie abzuarbeiten. Die erste Wohnung, die sie besichtigte, war klein und dunkel. Obwohl der Mietpreis erschwinglich schien, fühlte sich Anna in den engen Räumen unwohl. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie all ihre Sachen dort unterbringen sollte. Also bedankte sie sich höflich beim Vermieter und machte sich auf den Weg zur nächsten Adresse auf ihrer Liste. Die nächste Wohnung war in einem älteren Gebäude, aber als Anna die Tür öffnete, wurde sie von einem warmen, einladenden Gefühl umarmt. Die Wände waren frisch gestrichen, und der Boden glänzte sauber. Anna lächelte, als sie sich vorstellte, wie sie ihre Möbel in diesem Raum arrangieren würde. Sie spazierte durch die verschiedenen Zimmer und stellte fest, dass die Wohnung sogar einen kleinen Garten hatte. Das könnte perfekt sein, dachte sie bei sich. Als sie die Tür zur letzten Besichtigung öffnete, wusste sie sofort, dass sie das Zuhause gefunden hatte, nachdem sie gesucht hatte. Die Wohnung war geräumig, hell und hatte sogar einen kleinen Balkon mit Blick auf die Stadt. Anna konnte ihr Glück kaum fassen, als sie den Vermieter traf und ihm sagte, dass sie die Wohnung gerne mieten würde. Der Vermieter lächelte zufrieden und begann, ihr die Details des Mietvertrags zu erklären. Anna hörte aufmerksam zu, während er über die Miete, die Kaution und die Laufzeit des Vertrags sprach. Sie war erleichtert, als sie erfuhr, dass die Miete innerhalb ihres Budgets lag und dass der Vermieter bereit war, einige kleine Reparaturen in der Wohnung durchzuführen. Bevor sie einzog. Am Ende der Besichtigung dankte Anna dem Vermieter herzlich und versprach, sich bald zu melden. Sie konnte es kaum erwarten, zurückzukehren und den Mietvertrag zu unterschreiben. Diese Wohnung fühlte sich wie ein echtes Zuhause an und Anna konnte es kaum erwarten, dort einzuziehen und ein neues Kapitel ihres Lebens zu beginnen. Die Besichtigung Die Sonne schien, als Anna die erste Wohnung betrat. Sie versuchte, sich vorzustellen, wie es wäre, dort zu leben, aber der muffige Geruch und die abgenutzten Teppiche ließen sie schnell erkennen, dass dies nicht das Richtige für sie war. Trotzdem behielt sie ein offenes Herz und machte sich auf den Weg zur nächsten Besichtigung. Die nächste Wohnung war viel versprechender. Sie lag in einem schönen Viertel und hatte große Fenster, die viel Licht hereinließen. Anna konnte sich bereits vorstellen, wie sie dort wohnen würde, und begann, Pläne für die Einrichtung zu schmieden. Doch als sie den Preis hörte, stockte ihr der Atem. Es war weit über ihrem Budget. Enttäuscht verabschiedete sie sich und machte sich auf den Weg zur nächsten Besichtigung. So zog sich der Tag hin, und Anna besichtigte eine Wohnung nach der anderen. Manche waren zu klein, andere zu teuer, und wie der andere entsprachen einfach nicht ihrem Geschmack. Doch Anna gab nicht auf. Sie wusste, dass irgendwo da draußen ihr perfektes Zuhause auf sie wartete, und sie würde es finden, koste es, was es wolle. Die Verhandlungen Nach mehreren Tagen intensiver Besichtigungen hatte Anna endlich eine Wohnung gefunden, die all ihren Anforderungen entsprach. Sie setzte sich mit dem Vermieter zusammen, um die Details zu besprechen. Der Vermieter, ein freundlicher älterer Herr namens Herr Müller, begrüßte sie herzlich in seinem Büro. Schön, dass Sie sich für die Wohnung interessieren, junge Dame, sagte Herr Müller mit einem Lächeln. Lassen Sie uns über die Miete und die Vertragsbedingungen sprechen. Anna nickte aufgeregt und setzte sich an den Tisch. Sie war nervös, aber auch entschlossen, ein gutes Angebot zu bekommen. Hier ist der Mietvertrag, begann Herr Müller und schob Anna das Dokument zu. Die monatliche Miete beträgt 800 Euro, inklusive Nebenkosten. Anna schluckte schwer. Das war etwas über ihrem Budget, aber die Wohnung war es wert. Sie beschloss, zu verhandeln. Könnten wir vielleicht die Miete auf 750 Euro senken, fragte sie zögerlich. Herr Müller überlegte einen Moment und antwortete dann, ich kann die Miete nicht senken, aber ich könnte Ihnen einen Rabatt für die ersten drei Monate geben. Wie wäre es mit 750 Euro für die ersten drei Monate und dann 800 Euro danach? Anna lächelte erleichtert. Das klang nach einem fairen Kompromiss. Das klingt großartig, Herr Müller. Vielen Dank. Die beiden einigten sich auf die Details des Vertrags und Anna konnte ihr Glück kaum fassen, als sie den Mietvertrag unterzeichnete. Sie konnte es kaum erwarten, in ihr neues Zuhause einzuziehen und dort ein neues Kapitel ihres Lebens zu beginnen. Ein neues Zuhause Mit dem Mietvertrag in der Hand kehrte Anna zu ihrer alten Wohnung zurück, um ihren Umzug zu planen. Sie war aufgeregt, endlich in ihr neues Zuhause in Düsseldorf zu ziehen. Mithilfe von Freunden und Familie packte sie ihre Sachen und machte sich auf den Weg in die neue Wohnung. Als sie die Tür öffnete und den leeren Raum sah, fühlte sie eine Mischung aus Aufregung und Nervosität. Doch mit jedem Möbelstück, das sie hineintrug, verwandelte sich der Raum mehr und mehr in ihr neues Zuhause. Anna lächelte, als sie sich vorstellte, wie sie ihr Wohnzimmer gestalten würde. Sie sah sich bereits auf ihrem gemütlichen Sofa sitzen, umgeben von Bildern und Erinnerungen. Ihre Gedanken schweiften zu dem kleinen Balkon, den sie mit Blumen und Pflanzen schmücken wollte. Es würde ein Ort der Entspannung werden, an dem sie die warmen Sommerabende genießen Könnte. Während Anna ihre Möbel arrangierte, spürte sie, wie sich langsam ein Gefühl der Zufriedenheit in ihr ausbreitete. Diese Wohnung fühlte sich bereits nach Hause an. Sie konnte es kaum erwarten, ihre Nachbarn kennenzulernen und die Umgebung zu erkunden. Mit jedem Vorhang, den sie aufhängte, und jedem Bild, das sie an die Wand nagelte, fühlte sich Anna sicherer in ihrer Entscheidung, nach Düsseldorf zu ziehen. Als die Sonne langsam unterging und die letzten Kartons ausgepackt waren, setzte sich Anna auf ihr Sofa und betrachtete ihr neues Zuhause. Es war noch nicht perfekt, aber es war ihr eigenes kleines Stückchen Glück in dieser großen Stadt. Mit einem zufriedenen Seufzer lehnte sie sich zurück und freute sich auf die Abenteuer, die sie in ihrem neuen Leben in Düsseldorf erwarten würden. Ende Das war die Abenteuer, die sie in ihrem neuen Leben in Düsseldorf erwarten würden. Ende